Die Die Verdammt Wir dreimal Die mal Ehh Ich glaube das ist ne Panzer Mission Oh ja Eigentlich kann man auch mal in Multiplierspielen Panzer übermachen Oh ja Das muss nur mein Zock Ich bin ja eher so der Close-Quaters Typ Ich auch Ich hasse Ich hasse so weiter Müsste ich was bestimmt ganz Ja, also... Sie haben in der gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht, Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3. Teil der Charlie-Kompanie. Erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Miller. 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 Halt mal, du bist jetzt... Ich? Echt cool, der Version. Hoffentlich kommt der noch kein... Was? Hoffentlich kommt der noch kein Glück rein, du willst. Oh, das war lustig. Am Ende dieser Version, da verwirrt mich etwas. Miller. Miller, weg mit dem Dino, wir müssen los. Miller, lass den Scheiß. Monster. Und. Wir kriegen das hin, Miller. Ey, zu deinem Brunstag wirst du wieder zurückziehen. Ich glaube, ich will die. Ey, aber... Was hat ich tun, verwirrt? Ich bin dran. An dieser Mission. Ich bin dran, Leute. Die Schnell 6. Starten Mission für Reinsatzziel. Unter. Vorrücken und drücken. Unter. Zeit. Verstanden Führung, entweder. Rück und vor zur Demarkationslinie und verrichten. Out. Was ist hier denn? Verstanden Führung, entweder. Miller, lange der Verschuharbe. Wie? Mal. Was ist hier? Was ist hier? Sieht nach sowjetischen BN21ern aus. Alte Raketentechnik. Nicht sehr präzise, aber mit etwas Glück können Sie mir den Tag versauen. Alle Kennung. Hier ist Führung Ende. Kutsch auf der Mericht. Kommt hier der Abfahrtsang voraus. Resetten wir hier. Miller, hör zu mir. Auf Station. Verstanden. Nein, wir sind nach hinten. Fahrer, mit Vollgas aufrücken. Es kann losgehen. Mein Ziel ist schon total unruhig. Okay, haben wir Leidenschaftsgrad 1. Mit einem Auge. M31233, irgendwelche Sichtkontakte, bitte mit innen aus. Negativ, noch nichts. Okay, alles zuhören. Wir sehen, voll, feine. Wie fast. Lass uns mal wieder. Okay. Ich bin jetzt bei mir. Ich bin jetzt bei mir. Ich bin jetzt bei mir. Und so. Da hat er noch nie Wir müssen uns dann mal hin ohne Schuss Wir haben den Schiengewehr Und man zieht hier auch noch eine Post Ja Jetzt haben wir die erste Seite Also, machen wir dann die Anzeige Ziel zerstört! Erstmal einmal! Ziel! Die Spiziere setzen Panzer! Feuer! Nicht schlecht! Alle Ente stattdessen! Zerstören! Die Spiziere Panzer für euch! Angreifen und zerstören! Ente stattdessen! Ente 3-1! Wir sehen über Thermobild feindliche Insignaturen! Jetzt Thermobild! Habt ihr die Höhe erwischt? Keine Ahnung! Miller, wechselt zu der Maße! Nach links! Mach sie fertig, Miller! Ich glaube, das hier ist ein bisschen besser. Der ist aber dabei! 2T-72er angegriffen und zerstört! Ja, das ist glaube ich funktioniert! Anvil 6-6! Anvil 3-1! Alle Beine sind zerstört! Setzen Mission zu Norden! Ja, das ist jetzt gut! Dann mach ich mal! Aber verstanden! 3-1! Weiter zum nächsten Kontrollpunkt! Meldet euch dann! So! Auf dem Kamm! Anvil 3-3! Hober! So! Eigentlich ist das sehr viel besser, wenn jemand da ist! So siehst du auch voll gut, wenn jemand da ist! W-2! Egal ich mal, hast du nie. Egal ich mal, hast du nie. W-2! W-2! Sie haben uns am Arsch! Ne, Samuel, ich würde nur sagen, du guckst am Arsch! Halt! 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 Alter Samuel! Geh auf Murphy-Übertragung! Murphy ist mobil! Ja... Anvil 3-1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel! Luftnahunterstützung auf Station! Verstanden, Führung, Anvil! Halten uns bereit für Pompassierung! Was für ein beschissener Bienenstab! Ich glaube, die ganze Zeit dazu... Okay, Milner! Markier das Ziel! Ey, wo ist denn das Ziel? Ey... Anvil 3-1, wir markieren eure Stelle! Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da! Achtung! Los geht's! Super 1-1, Bulldog 3-3! Einsatz abgeschlossen! Minimale Schäden an feindlicher Position! Wir ziehen jetzt ab! Over! Was? Was soll ich denn noch gehen drücken? Verstanden, 3-1! Werde Ultra 3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen! Ultra-Junge! Führung Envil muss sich eventuell darum kümmern! Und die BDM-Stellung angreifen! Out! Ja, wir müssen die BDM-Stellung angreifen! Lade Ried! Mit nach oben eben? Alle Enzo-Versorgungen nehmen die Angellung! 2-3! 3-2! 1! Los! Fahrer! Mit Holger ist aufrück ich! Aber lass doch die Scheiße Ich weiß das ist so da Oh da sind wir Ich hatte schon mal keinen Nades da Oh ja Ja so Panzer Nades Ja so Ja so Wir sind wohl auf dem Mount Ja so Ja so Streichschutz 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 Und hier sind alles in Pärs Oh Wir haben uns am Arsch Wir haben uns am Arsch Das ist eine Tauere Das ist eine Tauere Wir haben uns am Arsch Wir haben uns am Arsch Das ist eine Tauere Wir haben uns am Arsch Wir haben uns am Arsch Wir haben uns am Arsch Schuss! Also, sie ist auf die Batterie! Auf die Raketenbatterie! Ok, wir sind der Raketenbatterie vorbei! Schalt die Batterien aus! Das ist nicht wahr! Boah! Toller gewesen, nur mit der normalen Absicht! Sekundärdraht! Ja, glaub ich schon! Scheiße! Entschuldigung! 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 Entschuldigung!